Willkommen beim Wien-Checker. Wir schauen uns die Wahlkonfrontationen zur Wien-Wahl an und überprüfen, wer die Wahrheit verdreht oder vielleicht ein bisschen dick aufgetragen hat. Und wir beginnen gleich mit dem türkisen Spitzenkandidaten, Finanzminister Gernot Blümel. Wir haben insgesamt ein Volumen von 50 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Den größten Brocken dieses 50 Milliarden Pakets der türkis-grünen Bundesregierung macht die Corona-Soforthilfe aus, nämlich insgesamt 15 Milliarden Euro. Fakt ist, dass davon erst zwei Promille ausgezahlt worden sind. Angekündigt ist nicht gleich eingehalten. Eine der vielen Corona-Hilfen der Stadt Wien war der Gastro-Gutschein. Davon sind bis jetzt bereits mehr als 50 Prozent ausbezahlt worden. Als nächstes überprüfen wir eine Behauptung von Heinz-Christian Strache zum Thema Pflege. Da gibt es ein Versäumnis auch der Stadt Wien, dass zu wenig Ausbildungsplätze für Pflegekräfte seit Jahren zur Verfügung gestellt werden. Fakt ist, dass die Stadt Wien schon jetzt laufend die Anzahl der Ausbildungsplätze in der Pflege aufstockt. Und zwar von 4.900 auf 7.650 bis zum Jahr 2024. Das ist ein Anstieg von mehr als 60 Prozent. So stellt Wien sicher, dass alle Generationen auch in Zukunft gut versorgt sind. Und abschließend sehen wir uns eine Aussage von NEOS-Kandidat Christoph Wiederkehr an. Wo ist da das Versprechen der SPÖ auf Bildungsaufstieg? Fakt ist, dass die Stadt Wien den Bildungssektor stark ausbaut. Wien hat vor zehn Jahren als erstes Bundesland den gratis Kindergarten umgesetzt. Wien hat jetzt als einziges Bundesland die gratis Ganztagesschule eingeführt. Außerdem hat die Stadt Wien eine Lehrlingsoffensive gestartet, damit alle jungen Wienerinnen und Wiener, die eine Lehrstelle suchen, die sie auch bekommen. Also Augen offen halten im Wahlkampf, denn manche nehmen es nicht so genau mit den Fakten. Mehr finden Sie auf www.sboe.wien und wir sehen einander beim nächsten Wien-Checker.